vielen vielen lieben dank an alle die das projekt unterstützt haben wir bedanken uns recht herzlich und wünschen euch gottes segen auch im namen vom pater heribert falls ihr es vergessen habt ist es auch kein problem ihr könnt noch spenden und zwar bis zum zweiten zweiten bis maria lichtmessia vielen dank noch mal und alles gute euch hier ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020